So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Herzlich willkommen zum Aktien-Round-Up. Diesmal aus dem anderen Studio, weil wir ja drüben noch ein paralleles Webinar haben. Nichtsdestotrotz, in gleicher Menier werden wir uns heute insbesondere eine Aktie etwas genauer anschauen. In dem Falle ist das heute die Allianz. Und die Allianz ist zentral, weil sie für die deutsche Versicherungsbranche ganz generell steht. Es gibt zwar noch ein, zwei andere, über die wir auch schon gesprochen haben, die Münchner Rück, die Hannover Rück und natürlich auch noch ein paar weitere kleine. Aber die Allianz ist sehr, sehr zentral und sehr, sehr spannend, weil sie eine der Aktien ist, die in den letzten Jahren extrem gut performt hat. Und ja, das aus gewissen Gründen, die wir uns heute anschauen. Wir wollen uns also einmal die Versicherungsbranche ganz generell anschauen. Was macht sie aus? Warum ist sie so unglaublich performant? Und ja, wie kann man vielleicht künftig davon auch profitieren? Man sieht das einmal sehr, sehr schön an diesem Chart hier. Seit dem Corona-Tief hat sich die Aktie sehr, sehr gut entwickelt. Wir waren im Tief mal bei so knapp 100 Euro. Wir haben dann die 300-Euro-Grenze jetzt vor kurzem durchbrochen. Mit sehr, sehr vielen guten Zahlen, die zuletzt hier eigentlich erschienen sind. Und im Kern geht es eigentlich darum, dass man es schafft, aktuell die Prämien zu erhöhen. Man schafft es, das Volumen zu erhöhen und dementsprechend auch die Gewinne zu erhöhen. Das Einzige, was auch noch leicht erhöht ist, sind die Versicherungsschäden, die eingehen. Also die Schäden, die die Allianz wirklich am Ende bezahlen muss. Das wird aber durch die Preisverhöhung, das sehen wir gleich, sehr, sehr schön abgefangen. Was sehen wir im Kern hier? Ja, wir sehen, dass das Geschäftsvolumen um 6 Prozent oder 6,4 Prozent gewachsen ist. Der Operating Profit ist um 5,3 Prozent gewachsen. Das heißt, wir sind von 91 Milliarden mittlerweile, bleiben knapp 8 Milliarden hängen, was sehr, sehr viel ist für ein Versicherungsgeschäft. Und wir sehen auch, dass der Ausblick weiterhin sehr, sehr positiv ist. Das hier ist natürlich jetzt nur gerechnet auf die ersten sechs Monate. Das für das Gesamtjahr. Ja, und dieser Schub hat letztendlich dazu geführt, dass das passiert ist, was wir hier gerade eben sehen, dass die Aktie wieder durch ein neues Hoch hier gebrochen ist. Bevor wir jetzt gleich kurz reinsteigen, ein kleiner Disclaimer. Ich bin selber großer Fan der Versicherungsbranche und ich glaube, jede Aktie, die hier heute einmal vorkommt, liegt in meinem privaten Portfolio. Das heißt, natürlich habe ich hier die rosa-rote Brille auf. Wie immer, macht euch gerne eure eigenen Gedanken. Das ist natürlich keine Anlageberatung, aber ich will euch einfach mal zeigen, was ich so positiv finde an der Branche und weshalb sie vielleicht in den letzten Jahren auch so gut performt hat. Und ich habe dazu mal den iShares-Stock Europe 600 mitgebracht und dieser Index, kann man sagen, hat in den letzten 15 Jahren ca. 380% Rendite erzielt. Das sind knapp 25% pro Jahr, wenn man das mal runterrechnet. Das ist kurz der Anstieg nach der Finanzkrise. Man muss sagen, hiervor ging es natürlich eine ganze Ecke bergab. Aber wenn man ungefähr an diesem Punkt hier gekauft hat, das ist jetzt mit Beginn 2010, dann hat man über die lange Zeit eine deutlich positivere Performance gemacht als vielleicht andere Aktien des Sektors. Hier mal im Vergleich oben der iShares-Stock Europe 600 mit 175%, jetzt mal gerechnet hier, auf einen ähnlichen Zeitraum. Und ja, man sieht den Stocks Europe 600 mit 122% auf diesen Zeitraum. Wohlgemerkt, immer ohne Dividenden und das ist heute ein sehr, sehr zentrales Thema. Also wer sich fragt, ja, wir hatten gerade eben 380%, jetzt sind wir hier bei 175. Ja, die Dividenden sind sehr signifikant bei den Versicherern und sind auch ein Punkt, der super ausschlaggebend ist für viele Investoren in Versicherungsaktien. Was wir aber hier erstmal kurz sehen können, ist, dass wir hier fast ein Drittel mehr Performance erzielt haben als der breite Markt und damit auch deutlich den Markt outperformt haben, insbesondere in Europa. Das amerikanische Geschäft haben wir uns ja schon mal angesehen mit United Health als absoluten Marktführer dort im Versicherungsgeschäft. Aber wir werden uns heute insbesondere auf den europäischen Bereich so ein bisschen beziehen, weil die Allianz doch als sehr, sehr dominanter Player hier im Markt etabliert ist. Eine Sache ist uns dabei aufgefallen und die will ich euch definitiv nicht vorenthalten. Und zwar ist es tatsächlich so, dass die Allianz über die letzten Jahre ordentlich die Dividende gesteigert hat und mittlerweile auf eine Dividendenrendite von 4,6% kommt. Das heißt 4,6% an Ausschüttung in einem Jahr auf einem Kurs von knapp 300 Euro sind hier jetzt bei knapp 14 US-Dollar, also 13, 14 Euro Dividende pro Jahr. Und das ist schon eine ganze Menge, insbesondere bei einem Unternehmen, was so stark wächst und wo der Kurs auch so stark weggelaufen ist. Und warum ist das so spannend? Ja, uns ist aufgefallen, als wir uns das Geschäftsmodell angeschaut haben, dass die Allianz-Aktie eine deutlich höhere Ausschüttung hat als Produkte, die die Allianz anbietet. Und das ist mal jetzt ganz bezogen natürlich auf die Allianz so, aber auch auf den Marktdurchschnitt. Und das zeigt sehr, sehr schön diese Grafik hier. Das sieht nämlich, ist die durchschnittliche Rendite aus Rentenversicherung mit einem Aufschub von 12 und 20 Jahren. Das heißt, wenn ich jetzt anlegen würde und ich kriege in 12 und 20 Jahren meine Auszahlungen, dann würde ich ungefähr diese Renditen hier im Marktdurchschnitt bekommen. Die Grafik geht jetzt nur bis 2019, aber ich glaube, eine gute Tendenz ist hier zu erkennen, denn man sieht eigentlich sehr, sehr schön, wie der Kurs oder die Renditen hier immer weiter bergab gehen. Sie haben sich mal ganz kurz hier wieder erhöht, 2012 aus 2013, aber im Kern sieht man doch sehr, sehr schön, wie diese Renditen halt immer weiter abnehmen. Natürlich auch durch die Bundesanleihen, die in den Zeiten immer weiter gesunken sind. Aber wenn man sich jetzt überlegt, wir kriegen 4,6 Prozent Dividendenrendite und die Allianz, das sehen wir hier sehr schön, hat über die letzten Jahre die Dividende immer weiter gesteigert. Ist also immer profitabler geworden, während die Produkte der Allianz immer unprofitabler werden. Das heißt, jedes Produkt hat immer mehr oder immer weniger Ausschüttung, während die Aktie immer mehr Gewinne erzielt und auch immer mehr ausschüttet. Und wir haben damit eine Weile schon eine ganz signifikante Differenz von knapp 2,2 Prozent hier 2019. Wenn man das jetzt weiterrechnet, sagen wir mal 2 Prozent auf 2024, dann ist das 2,5 Prozent über das Doppelte nur an Dividendenrendite. Kursrenditen sind hier natürlich überhaupt nicht eingerechnet. Natürlich nicht eins zu eins vergleichbar, wie gesagt, andere Risikoprofile. Trotzdem ganz interessanter Fakt, denn am Ende sieht man, dass die Gewinne der Allianz dazu führen, dass die Aktie immer profitabler wird, während, wie gesagt, die Produkte immer unprofitabler werden. Und wie kann das sein? Das Ganze habe ich mal schematisch dargestellt in diesem kleinen Modell quasi. Und im Kern kann man sich ein Geschäftsmodell einer Versicherung ungefähr so vorstellen. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die versichert werden wollen und die einen Partner suchen. In dem Fall ist das jetzt mal beispielhaft die Allianz. Und die zahlen der Allianz am Ende Prämien. Und diese Prämien, einnahm das Unternehmen, verarbeitet das Unternehmen, sind am Ende die Produktpreise. Aber natürlich ist es so, die Allianz, die muss auch Schäden dann regulieren. Also wenn Schäden aufkommen, dann müssen diese bezahlt werden, wenn die Versicherungsbedingungen zutreffen. Denn ein signifikanter Punkt dabei ist aber, das Ganze tritt zeitverzögert auf. Also es ist nicht so, dass ich eine Prämie zahle und am nächsten Tag kommt der Schaden. Meistens gibt es eine deutliche Zeitdifferenz. Und diese Zeitdifferenz, die nutzt die Allianz am Ende, um Investments zu tätigen. Das heißt, ich habe Cash, das ich vielleicht irgendwann mal auszahlen muss, aber gerade auf meinen Büchern liegt. Und dieses Cash kann ich quasi nutzen, um Renditen am Aktienmarkt zu erzielen oder auch am Rentenmarkt oder generell am Finanzmarkt. Natürlich gibt es auch Produkte, die die Allianz anbietet, wie zum Beispiel die Rentenversicherung. Auch da muss man natürlich die Investments durchführen. Aber auch da ist es so, die Renditen, die man an die Anleger zahlt, kommen zeitverzögert. Wir haben es gerade eben gesehen, 10%, 12 Jahre, 20 Jahre, das sind so die Zeiten, meistens bis wirklich es kontinuierlich zu diesen Rentenauszahlungen kommt. Also im Kern her gibt es immer eine Differenz zwischen den Prämieneinnahmen, zwischen den Zahlungen der Kunden an zu den Auszahlungen, die die Allianz tätigen muss. Und diese Differenz nutzt das Unternehmen ganz klar, um über Investments, Renditen zu erzielen und natürlich aber auch dadurch, dass sie einfach mehr Prämien einnimmt als auszahlt. Also es gibt zwei dominante Geschäftsstränge und das ist einmal die Einnahmen über mehr Prämien, also die Differenz zwischen eingenommenen Prämien und ausgezahlten Schäden und die Differenz zwischen Renditen, die ausgezahlt werden müssen aus den Investments und dem Überschuss der Renditen. Und im Kern entsteht dadurch eigentlich der Gewinn. Das ist natürlich stark vereinfacht, aber es ist schon sehr, sehr schön, dieses Geschäftsmodell, weil dieses Faktum, kann man sagen, also wie viele Prämien müssen gezahlt werden und wie viele Schäden müssen reguliert werden, immer ja vom Versicherer in gewisser Weise bestimmt werden kann. Es ist natürlich so, dass ab und zu mal die Schäden, die bezahlt werden, ansteigen, aber der Versicherer geht dann in dem Kern hin, und das sehen wir gleich nochmal, und erhöht einfach die Prämien, damit dieses Bild hier wieder sehr, sehr stimmig ist. Und dabei sind die Produkte halt eigentlich nahezu zeitlos und es gibt gar nicht so den großen Bedarf nach großen Innovationen. Und dieses Modell hat natürlich nicht nur die Allianz verstanden, sondern auch die globale Versicherungsbranche, die mittlerweile absolut riesig ist. Man sieht das hier einmal in Zahlen heruntergebrochen. Die Versicherungsbranche münzt sich natürlich zum einen darauf, dass Schäden stattfinden, aber vielleicht auch eher die Angst vor diesen Schäden dominierend da ist oder die Angst, die aus diesen Schäden resultiert. Das ist das Modell. Und in letzter Zeit gab es ja immer mehr Krisen, immer mehr Naturkatastrophen, und viele sagen, das geht ja zu Lasten der Versicherer, denn das ist vielleicht gar nicht eingeplant, denn diese Schäden über insbesondere Pandemien, Naturkatastrophen und das nimmt immer weiter zu, und die Versicherer und die müssen ja am Ende für diese Schäden aufkommen. Allerdings, und da greift wieder das, was wir gerade eben gesehen haben, wenn diese Schäden halt zunehmen, dann gehen die Versicherer hin und erhöhen wieder die Prämien. Und dieses Spiel geht halt immer weiter und immer weiter und immer weiter, und meistens nimmt es ja auch einen Zeitverlauf an in diesen Prämien, indem diese Schäden weiter zunehmen und indem man die Prämien weiter erhöhen kann. Und das sieht man einmal ganz, ganz schön her, wie die Prämien generell gestiegen sind, jetzt von 1999 bis 2021 für, ja man kann sagen, die Versicherung für Arbeitende oder für die Familien der Arbeitende. Das sieht man hier eigentlich so als Versicherungsbeiträge ganz generell. Und auf der rechten Seite sieht man das Ganze nochmal im Vergleich zu der K der Autoversicherung und die Autoversicherung im Vergleich zur generellen Inflation. Also es ist nicht so, dass man im Rahmen der Inflation wirklich nur die Versicherungsbeiträge erhöht, sondern auch einfach über die Versicherungsparameter hinweg und wir wissen das, über die Inflationsparameter hinweg und wir wissen, dass die Versicherung für Autos in den letzten Zeiten sehr, sehr stark gestiegen ist. Alle, die vielleicht die Autos dieses Jahr neu versichert haben oder schon ihre neuen Rechnungen bekommen haben, wissen das, meine Autoversicherung ist deutlich gestiegen, die von vielen anderen auch. Und ich glaube zuletzt war es der absolute Treiber mit ungefähr 18 Prozent des oberen Endes der Inflation in dem letzten Jahr. Und da kann man einfach nur sagen, profitiert die Versicherung und die generelle Branche einfach davon, dass sich immer mehr Leute irgendwie absichern müssen. Und dementsprechend ist es fast ein positiver Effekt für die Versicherer am Ende, dass mehr Schäden entstehen. Denn diese Mehrschäden führen am Ende dazu, dass es immer mehr Angst gibt, dass vielleicht der Schaden auch mich trifft. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Flutkatastrophen, die wir in Deutschland haben. Sie ist tragisch und viele Menschen haben Angst, dass ihnen das gleiche Schicksal blüht, wenn sie vielleicht in der Nähe von Flüssen, Seenen oder sonstigen potenziellen Überflutungsgebieten wohnen. Und was passiert ist, dass sich natürlich in diesem ersten Jahr, ja, im ersten Jahr, in dem diese Katastrophen auftreten, die Versicherungsbeiträge vielleicht im ersten Moment nicht so stark steigen. Aber dadurch, dass sich immer mehr Menschen versichern wollen und dass diese Schäden dann aufgetreten sind, ist es so, dass die Versicherung überproportional profitiert. Man kann sich das ganz einfach eigentlich so vorstellen. Es gibt ein Schadensbild, was sich die Versicherung denkt, was potenziell auftreten kann. Dann gibt es Katastrophen und dieses Schadensbild wird völlig durcheinander geworfen, denn es muss plötzlich mehr ausgezahlt werden, als in der Vergangenheit geplant wurde. Nun geht die Versicherung hin und sagt, okay, das zahlen wir natürlich, wir sind verpflichtet, das zu tun, aber wir erhöhen die Versicherungsprämien, um das Ganze in der nächsten Zeit abzufedern. Nun kommen immer mehr Leute und sagen, ja, ich möchte mich auch gegen diese Risiken absichern. Ich habe auch Angst, dass mir so etwas passiert. Und dieser Effekt, dass die Versicherungsbeiträge dann erhöht wurden, ja, kann man sagen, trifft natürlich allumfangend dann auch alle, die sich neu versichern möchten. Also es ist eigentlich ein doppelt positiver Effekt, der mit einem einmal negativen Effekt behaftet ist. Und so ist es am Ende so, wir global Wachstum haben im Versicherungsmarkt eigentlich in jeglicher Branche. Also es gibt Autoversicherung, Lebensversicherung, Versicherung gegen Naturkatastrophen, gegen äußere Einflüsse. Man kann sich ja wirklich gegen alles versichern. Und wenn man den Markt sich dann mal wirklich anschaut, und das hier ist mal ein Beispiel der Schweizer Rückversicherer, Swiss Re in dem Fall, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, da sieht man, wie viel Potenzial es in diesem Markt noch gibt und wie wenig Risiken teilweise auch wirklich abgedeckt werden. Und da sagen die Versicherer, da haben wir ganz viel Potenzial und umso mehr Risiken wirklich im realen Leben auftreten, umso mehr darüber berichtet wird, umso mehr profitieren wir, weil wir eigentlich mit der Angst der Menschen am Ende Geld verdienen. Und das kann man sagen, hat sich in den letzten Jahren halt wirklich summiert. Also die Schäden nehmen zu, die Katastrophen nehmen zu, global nehmen sie zu und der wirtschaftliche Schaden nimmt auch immer mehr zu. Und das führt letztendlich dazu, dass die Versicherung immer mehr Zufluss auch an Neukunden hat. Und das hat so einen Maßstab angenommen, dass man muss sagen, die Allianz einer der wenigen Unternehmen international ist, die wirklich auf den obersten Plätzen rangieren. Hier sieht man das mal im Überblick. Die United Health Group aus den USA, über die haben wir schon gesprochen, ist natürlich absoluter Marktführer, aber auch die Allianz ist hier auf Platz 5, was den generellen Versicherungsmarkt betrifft. Und da ist die Allianz natürlich ein Premium-Versicherer in allen Bereichen, überwiegend im klassischen Versicherungsbereich tätig. Aber man sieht, da kann man durchaus in Europa auch mitspielen. Auch die AXA, man sieht es hier weit oben, auch was die Gewinne betrifft. Und das ist schon sehr, sehr spannend, weil Europa da tatsächlich rein aus der versicherungstechnischen Sicht auch mit Marktführer ist. Und das gilt natürlich für Zusatzversicherungen, die man sich vielleicht holt, aber auch für Versicherungen, die ganz klassisch man tätigt. Wenn man das Ganze jetzt im Vergleich sich mal anguckt und auf eine Bewertungskennziffer schaut, dann sieht man auch, dass diese erhöhten Gewinne und erhöhten Leistungen tatsächlich nicht in einem Bewertungsanstieg resultieren. Also wir schauen hier immer darauf, ist es jetzt so, dass erwartet wird, dass künftig mehr Gewinne passieren? Ist es denn so, dass erwartet wird, dass, ja ich sag jetzt mal, die KI-Branche durch die Decke geht? Dann ist es oftmals so, dass natürlich viele Investoren sich schon darauf freuen und positionieren, falls dann diese künftigen Gewinne kommen. In der Versicherungsbranche ist das nicht so. Also dort sieht man, dass die Gewinne in den letzten Jahren immer weiter gestiegen sind. Die Kurs-Gewinn-Verhältnisse, also die Bewertung dieser Unternehmen, aber sehr, sehr gleich geblieben ist. In der AXA war sie mal ein bisschen schwankender, aber bei der Allianz sind wir ungefähr bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11, was natürlich gar nicht so teuer ist für ein so profitables Geschäft. Oben etwas anders zu sehen bei der United Health Group, die ist dann schon deutlich teurer, muss man sagen, und ist natürlich auch ein bisschen dadurch gebettet, dass sie in den letzten Jahren noch stärker gewachsen ist und dass wir im US-amerikanischen Markt aktiv sind. Wenn man jetzt auf die Umsätze je Aktie schaut, dann wird es noch spannender, denn im Kern sieht man eigentlich ein sehr, sehr schönes Wachstum der Umsätze in den letzten Jahren. Die einzigen, die leicht negativ sind, ist hier AXA, aber die Allianz, wie gesagt, United Health Group steigt hier ein bisschen aus, ist hier auch mit 3,5% Wachstum eigentlich sehr, sehr schön und konstant dabei. Und das eigentlich bei wirklich immer weiter steigenden Gewinnen. Also die Prämien erhöhen sich und die Auszahlung, die man hat, die muss man auch weitertragen, aber die Differenz, die nimmt immer weiter zu. Das heißt, man schafft es immer effizienter zu wirtschaften. Und das sieht man am Ende sehr, sehr schön in diesen Gewinn-Wachstumsraten hier. Also alle drei Unternehmen haben gezeigt, dass sie in den letzten 10, 12 Jahren sehr, sehr schön wachsen konnten und im Durchschnitt sehr positive Wachstumsraten erzielt haben und das bei einem sehr, sehr etablierten und viele sagen vielleicht langweiligen Geschäftsmodell, das sich aber als sehr rentabel, wie man es hier sehr, sehr schön sehen kann, darstellt. Also wir haben eine relativ konstante niedrige Bewertung, einen steigenden Kurs, der durch diese steigenden Gewinne am Ende gedeckt ist. Und das aus ja eigentlich drei Kernsegmenten, zumindest bei der Allianz. Wir haben das Schaden- und Unfallsegment, das Lebens- und Krankenversicherungssegment, also die klassischen Versicherungssegmente und das Asset-Management, also wirklich dieses Thema Prämienanlage und insbesondere natürlich die Anlage hier auch in relativ sicheren Märkten. Wenn wir uns anschauen, was bringen die ganz generellen Zahlen der Allianz so mit auf den Tisch? Wir haben ungefähr 43 Milliarden Euro Umsatz im letzten Quartal gehabt, 2,66 Milliarden Euro Gewinn. Sehr, sehr positive Cashflows hier auf der Seite, muss man sagen. Also ein extrem positiver Zufluss an Geldern. Ein sehr schön margiges Geschäft, muss man sagen. 4,6 Prozent Dividende, positives Umsatzwachstum und das resultiert am Ende darin, dass wir dieses Jahr schon 25 Prozent Kursrendite wirklich vereinnahmen konnten. Es gibt hier so ein paar spezielle Ratios, über die Combined Ratio, auf die man schaut. Am Kern geht es dann darum, wie gut schafft man es, Risiken zu kalkulieren, also Prämien einzunehmen und Risiken dagegen zu kalkulieren. Und wenn man da ein bisschen Puffer hat, also diese Combined Ratio ein bisschen niedriger ist, dann ist man umso wirtschaftlicher. Das heißt, man schafft es eigentlich, deutlich mehr Prämien einzunehmen, als man am Ende auszahlen muss. Resultiert im Kern aus einem sehr breiten Geschäftsmodell, wo man natürlich ab und zu mal so Schocks hat, also Naturkatastrophen, Pandemien oder etwas oder ähnliches. Aber im breiten Segment schafft es halt, die Prämien so hoch zu halten, dass man ja deutlich weniger auszahlen muss, als man einnimmt. Das in Kombination mit den Zinsanlagen führt am Ende dazu, dass man hier ja sehr, sehr positiv dasteht. Wenn man einen Ticken genauer reinschaut, dann sieht man das hier nochmal sehr schön abgebildet. Also auf der Seite sieht man die Einnahmen an Versicherungsprämien. Hier sieht man dann die Ausnahmen. Dann gibt es ein kleines Ergebnis aus Rückversicherern. Das ist im Kern das, worüber wir gesprochen haben, bei der Münchner Rück oder bei der Hannover Rück. Das heißt, Versicherer versichern sich gerne auch nochmal weiter gegen bei Prämien, die sie vielleicht nicht ganz so gut einschätzen können oder auch um das Risiko nochmal zu streuen. Das ist am Ende das, was wir hier sehen. Ja, hier das Gegenergebnis, das Zinsergebnis und am Ende ja weitere kleine Zusatzverluste und Gewinne, die zuletzt auch sehr, sehr positiv waren. Ich muss sagen, dieses Bewertungsergebnis auch sehr positiv, weil der Markt sich natürlich gut entwickelt hat, also der Investmentmarkt, der Finanzmarkt sich sehr gut entwickelt hat. Und ja, im Kern kann man sagen, stehen hier immer zwei Blöcke gegeneinander. Und das sind meistens immer die Ausgaben für Prämien und Ausgaben für Versicherungen und im Gegenzug halt dann wieder, also die Einnahmen und im Gegenzug immer wieder die Ausnahmen. Und im Kern kann man sagen, es gibt immer wieder viel Auf und Ab, weil es viel um Zinsen gibt. Es geht viel um Erträge. Es geht viel um Bewertungserträge. Aber im Kern, ja, macht man so einen sehr positiven Ertrag, der dann dazu führt, dass man im ganzen Gruppensegment, jetzt hier auch bei der Allianz, ja, sehr, sehr positiv darstellt. Man sieht das hier oben, das Volumen, also das Volumen an Umsatz und das Volumen an, in den verschiedenen Versicherungsbereichen halt überall zugenommen hat. Also man sieht das hier, das sind diese 42,6 Milliarden an Umsatz, über die wir gesprochen haben. Und das war ein 10-prozentiges Wachstum beim Thema Property und Casualty, 7,7 Prozent beim Thema Life und Health, 2 Prozent im Thema Asset Management. Und was daran sehr, sehr schön zu sehen ist, der größte Anstieg kommt im Bereich Property und Casualty, also der klassischere Versicherungsbereich, wenn man Haus, Hof, Auto versichert. Und dieser Anstieg, ja, kommt aber einher mit einem negativen Operating Profit. Das heißt, hier hat man es noch nicht geschafft, diese erhöhten Einnahmen in höhere Gewinne zu münzen, was am Ende wieder dazu führt, dass die Einnahmen hier oben, ja, noch weiter steigen. Und dann kommt daraus der Effekt, über den wir gerade eben gesprochen haben. Trotzdessen überall, dadurch, dass es in den anderen Bereichen ja wieder besser läuft, diversifiziertes Geschäft, schaffen wir es hier, den operativen Profit weiter zu steigern. Erstmal so ein kurzer Abriss zur Versicherungsbranche. Wie gesagt, eine von außen betrachtet vielleicht etwas langweiligere Branche, aber ein Geschäftsmodell, was in sich sehr, sehr stimmig ist und in sich auch immer wieder funktioniert, weil man die Preise selber diktieren kann, selber die Modelle kalkuliert, mit denen man seine eigenen Risiken absichert. Ja, und sofern diese Modelle stimmen und die Prognosen, die man ungefähr auch aussteht, stimmen und breit diversifiziert ist, ja, funktioniert so ein Modell auch einfach sehr, sehr gut, weil, ja, man am Ende auch durch seine Größe viel, viel, viel wegmachen kann. Und dann auch negative Sachen, wie sie hierhin geschrieben waren, also Naturkatastrophen und weiteres, oftmals dazu führen, dass sich mehr Menschen versichern und am Ende wieder mehr Geschäft hier entsteht. Ein negativer Punkt, und den muss man definitiv hier nennen, ist immer wieder die Abhängigkeit trotzdem von den Zinsentwicklungen. Also Versicherer sind einfach abhängig vom Rentenmarkt, da ja, ja, man kann jetzt, wenn man Prämien einnimmt, die man vielleicht irgendwann wieder auszahlen muss, kann man jetzt zum Beispiel nicht in hochrisikoreiche Anlagen investieren. Also man kann zum Beispiel nicht in Kryptowährungen groß investieren. Man kann vielleicht nicht hoch spekulative Aktien investieren, sondern man muss immer einen gewissen Anteil auch am Rentenmarkt platzieren. Das heißt, an einem zinsabhängigen Markt. Und dieser Markt muss am Ende ein bisschen was an Rendite abwerfen. Wenn dort die Zinsen weit sinken, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so profitabel, dann schrumpft dieser Investmentbereich. Ja, und dann muss man sagen, ist dieses Geschäftssegment nicht mehr ganz so tragfähig und man muss es aus vielleicht wieder erhöhten Prämien vorne wieder reinbekommen. Trotzdem sind wir Marktführer, zumindest in Europa und in vielen Geschäftsbereichen. In Deutschland ja sowieso. Wir sind sehr diversifiziert. Es ist sehr krisenresistent aus diesen Gründen. Und im Kern muss man eigentlich sagen, dadurch ein in sich, finde ich persönlich zumindest, sehr, sehr stimmiges Geschäftsmodell. Das wollte ich euch heute einmal so vorstellen. Heute Nachmittag geht es dann nochmal um das Thema Technologie ganz generell. Wir haben den letzten Mal darüber gesprochen, wie spannend eigentlich Technologie für so ein Aktiendepot ist. Wir hatten jetzt mit Allianz was sehr, sehr Klassisches. Aber oftmals wird ja über neue, moderne Technologien gesprochen. Es gab jetzt einige Studien dazu, welche Unternehmen sind eigentlich die Wachstumstreiber oder welche Branchen sind die wachstumsreicher, Wachstumstreiber insbesondere im Technologiebereich. Und das werden wir uns heute Nachmittag sehr, sehr stark angucken. Also mal ganz generell uns ein paar Statistiken anschauen. Ist es denn sinnvoll, wirklich in Technologie und Technologieaktien zu investieren? Wie kann man das vielleicht auch umsetzen? Wo muss man darauf genau achten? Das werden wir uns alles heute Nachmittag anschauen. Nächste Woche dann wieder klassisch Market Roundup. Und dann geht es auch mit Technologie weiter. Wir gucken uns nämlich BYD an. Und so ein bisschen die Schlacht auch im Elektroautomarkt. Denn auch Elektroautos sind eine der potenziellen Wachstumstechnologien für die Zukunft. Das sagen zumindest einige Studien. Ja und BYD spielt da zumindest aus asiatischer Sicht sehr, sehr weit vorne mit. Amerikanischer Sicht ist es natürlich eher Tesla. In Europa fragen wir uns noch, wer dazu kommt. Das alles dann nächste Woche. Ich bedanke mich. Bis dahin und tschüss. Ich bedanke mich.